wir sind auf sendung alles klar und willkommen zurück leute wir sind noch auf der flucht und dann mal gucken ob es jetzt doch endlich schaffen wir aus diesem russischen atombunker rauszukommen nur früchte er was wir am Anfang ganz vergessen zu adressieren der Sury hat natürlich auch noch ein bisschen geübt der hat den Singleplayer auch mal kurz angespielt was sie wie der ist ist lustig also macht Spaß ja und ihr wisst bescheid leute wenn ihr da mal was sehen wollt einfach mal ja ich weiß einfach mal in die Kommentare schreiben jajajaja ich pernarkampf aber das jedenfalls einfach in die Kommentare schreiben ob ihr da mal was sehen wollt und dann setzen wir uns da auch mal ran aber zurück zum Einsatz weil unsere Zuschauer immer so massig kommentieren in unserem Video ja ich mein gut wir haben ja wahrscheinlich auch sowieso nur 10 bis 15 views nach das Video aber die 10 bis 15 leute ne die könnten ruhig mal was in die Kommentare schreiben Moment du musst uns davon abziehen ok die 5 leute ne die 5 leute ne ihr könnt ruhig wirklich mal was runter schreiben hast du das Bild eigentlich bei Hangouts bekommen ja weil mein Handy gerade meinte es wurde nicht gesendet doch das war doch ja der Sury der labt sich nämlich hier so eine benehmende Aufnahmen noch schön mit einem ähm guten Schokolade wir wollen natürlich keine Markennamen hin das ist richtig was hast du denn jetzt gemacht ich hab gar nichts gemacht warum hat er dann gemacht der muss mich gesehen haben ach du hast noch erwischt ja natürlich ich bin immer der der dich aus der Scheiße holt weißt ok ok versuchen wir jetzt mal ein bisschen taktischer hier vor zu gehen und ich seh ein Fass wie war es taktisch ja weißt du ich hab's noch nicht gemacht aber es steht da so verlockten ja das ist schlimm ne eigentlich generell in allen Spielen so ein rotes Fass das ist so ein Indikator dafür dass man sagt ok scheiß drauf wir lassen jetzt hier mal was großes explodieren ja aber was das soll jetzt das Licht können wir ausmachen ja dann kommen sie aber zu uns das ist richtig allerdings kommen wir andersrum auch gar nicht durch ne m der eine kommt jetzt bestimmt zu uns ne doch nicht ne komm 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 ach du verdammte Scheiße was was ja der sagt's automatisch sobald äh diese markierten Leute rot werden das so dann sagt er mal ja wollen wir mal die russischen Lündge rausbrennen lassen oder wie so eh nicht sagt er das ok also den einen könnten nur also ich also ich hab nur einen roten naja gut das können wir nicht aufteilen ich hab ja den rechts jetzt rot naja ne das ist der eine den ich rot hab achso aber die Spitzner sind hier die werden sie finden da wette ich drauf da oben ist noch einer ja und da unten läuft da unten der patrouilliert der läuft im Kreis da da drüben oh hat er dich gesehen? man darf sich nicht vorlehnen alles klar das Licht ist aus hey aber jetzt haben wir ein rotes Fass, ne? wie du voll schon angemerkt hast sehr gut nice one das sah gut aus man 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 nur weil ich mich vorgelehnt habe sehr gut das einer das auch noch ein Fass nice oh du scheiße was ist da los? ich hab keine Ahnung oder was oh Gott Granaten oh was geht denn hier ab? boah sind das viele das ist ja Wahnsinn halte scheiße was geht das geht hier ab oh was ist denn jetzt? ich darf mal ein paar EMPs und blend Granaten heiß hier oben gibt es übrigens auch noch einen Weg ok ah ne hier ist nur ne es passt ok hab ich gefunden was hier so los ist das ist ja Wahnsinn ich hab schon wieder drei ausgeschaltet geht einfach gar nicht ich hab schon wieder die scheiße AK mit diesem blöden Zoom das ist POP Alter was hier alles kommt was machst denn du? na ich weiß ich hab schon wieder drei ausgeschaltet hier liegen nur noch Leichen da unten ist ein Fass wieder rauszukommen ist unmöglich ich komm mal runter ha 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 na POP alter hinter dir auch noch? ja hinter dir kam gerade einer hast du erwischt? ja war gut dass ich runter gekommen bin ich glaub wir haben es geschafft aber verdammt das waren viele ich hab mindestens acht Leute hier ausgeschaltet du bist mein Held das geht ja gar nicht herrlich das ist wirklich kein Spiel das hier mehr das ist einmal über Rambo Rambo wir wollten hier taktisch auch hier du war sowas die haben dich zuerst gesehen ja das will ich mal fest sein so jetzt auch ist doch keiner mehr da das ist richtig hier unten ist schon ein Checkpoint ja oh ich rist den Anblick mhm 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 können wir öffnen keiner da? na dann wir haben auch Zeit ne ok Kerzakow mhm das sieht einem großen Geschütz aus es macht nur Sorgen mhm mhm alles klar gehen wir mal weiter vor mit Gas was machen sie denn hier ist es nicht sicher sie müssen sofort hier weg da ist ein Fass bereit machen für Vorstoß du magst das oder? verteilt euch ich seh das Geschütz oh du hast auf deiner Seite sind zwei hinten einer zwei oben und ach das sind verdammt viele ich seh auf jeden Fall dahinter ist noch einer so so hä? ach die Kamera oh der kommt hierher dann mach nur er dreht um ist ok da ist der äh wie auch immer er heißt ach der General ist da? ja cool ach den kann man wahrscheinlich nicht in die Luft springen oder? doch ich denk schon wir haben jetzt auf jeden Fall kein Ziel dass wir den verhören müssen oder so ich ich es stört mich dass die Zuschauer das nicht hören können das ist echt schade wirklich wirklich schade also vielleicht wenn wir mit dem Let's Play durch sind hängen wir vielleicht an den letzten Part den Sound nochmal ran ehrlich auf jeden das ist so geil da 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 uuuh das war falsch das uuuh das ist falsch so ok noch nichts passiert noch nichts passiert ja wie kommen wir am besten durch die Lichter können wir übrigens auch nicht hier ausschalten hm hm ich war ja fürs Fass da treffen wir gleich ein alles klar hau rein oo hm hmm das war gut das war echt gut da drüben besticht wohl für den großen Fallensteller na 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 da stellen die uns wenn die uns wollen so haben die nominees KX-Kerl Scheiße er wird Kranaten abit also das war so im Chaos Ende wollte ich jetzt eigentlich nicht so ok wir kennen es ja nicht ja das Ich höre dich immer noch, ja, das kann man jetzt auch anders spielen Man kann es ja das spielen, ja Ja, wir spielen es immer noch fein und dieselbe Art und Weise Ey, das ist halt unser Spielstil, ne, also Andere spielen es anders, wir spielen es so So, und jetzt guck mal BAM Okay Ach, scheiße, niemand ist Ja, wir können es auch den ganzen Tag Naja, ihr seid Profis Ich find's gut Ach Gott, was wäre ich hier schwer für ein Leichenhaufen, das geht ja gar nicht Das ist krank, ehrlich, das ist einfach nur noch krank Das wäre noch immer mehr, hab ich so den Eindruck Obwohl jetzt Wow Ach du Scheiße Was? Ey Nein Gar nicht Ey, mach mal Gang hier Die kommen Versteck dich Fürs Erste Du bist verledigt Hat das auch mal ein Ende? Das geht ja echt gar nicht Aber so sah es von ihnen auch aus Da kommen schon wieder zwei Krank Da kommen schon wieder zwei Ich kann mit dieser 4x4 Optik nicht umgehen, das ist doch beschissen Ey, hör mal, das geht ja gar nicht mehr Da kommen schon wieder welche Hey, das geht nicht Das ist vorbei Eine Pfanne, wo sie zu kommen Moment, da kommt schon Ja, ich saß nicht mehr Weiß ich kein Satz, sowas noch aus Call of Duty oder so, wo da wirklich Feinde um Feinde sporn Also das hier hab ich ja wirklich schon lange nicht mehr erlebt Sonst Ich hab mich mal so ein bisschen bewegt, weil Ja, ich hab's gesehen Ich versuche hier die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken Weiter Ne, also wir sollen den töten Vielleicht zu lange, der lebt, kommt mal neu, ja? Könnt ja sein Ist möglich Was? Okay, ich geh mal Mich hat's erwischt Scheiße Oh, ist der Hock da in der Ecke? Ja Nice Siehste, ob immer muss ich dich retten Ja, ja Ist das so Die Leute können sich selbst ein Urteil bilden und das Video angucken Ja, das sieht man, dass ich dich jetzt schon das zweite Mal gerettet habe Ey, aber es hat aufgehört Wenn die uns wollen, sollen sie uns holen, komm Hat echt aufgehört Ui Dachte ich Ach du Scheiße Was war denn das? Wie haben sie dich denn erwischt? Ich hab keine Ahnung Wie soll ich dich denn denn rausholen? Ich weiß es doch nicht Sei kein Narr Die versuchen dich anzulocken Krepier uns zu klein Oh, ich hab dich aber Er ist tot Ach, das ist das fette Geschütz, glaube ich, oder? Sie müssen hier irgendwo sein Ich bin hier irgendwo sein Oh Gott Das ist dreist, ganz ehrlich Ist einfach nur dreist Und lauf Ja Oh, ne, bleib hinter, bleib hinter Genau Alles klar Mann, oh Meter, was geht denn hier ab, ganz ehrlich Ja, cc'n, auf jeden Fall Ihr mich auch, Leute Ach, nein Nee Pass Ja, nein Was? Oh, das war knapp Geh an das Rohr Bin hinter dir Jetzt hab ich erst mal meine Ruhe Wir gehen da nicht rein, das ist dein Befehl Das ist echt böse, dieses dicke Geschütze, das barnt auch auf uns Ja Die glauben, die können uns da hinlocken Ist das doch dieser krass Kopf Glaube ich nicht, oder? Weiß ich nicht Wir gehen da nicht rein Das war knapp Geh an das Rohr Geh auf, wir sind nicht weit, wir können ab Okay Ich hab auf jeden Fall den Typen neben dem Geschütz ausgeschaltet Okay Kämpft die nackten Kinder Aber hier können wir auch nicht rüber Also hier ist echt alles abgestrefft beim Geschütz Scheiße Was? Ich hab doch nur das Ding da gedrückt Äh Vergesst es, Leute Der Container, was? Was? Sicher keiner Wo soll ich denn? Da, 23 Meter, wir müssen noch nach vorne wieder Alles klar, los, 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 los Boah Gib mir Feuerschutz Ich geb dir Feuerschutz Alter Komm draus, ihr Feuernabis Bringt es hinter uns Oh Scheiße Der Container bewegt sich Wir müssen hier weg Wohin denn? Ich weiß es auch nicht Komm du doch her Vielleicht müssen wir in den Container ran springen Ich hab doch keine Ahnung Oh Scheiße Uns fliegt alles um die Ohren Wir müssen hier weg Oh Scheiße, ich weiß, dass wir hier weg müssen Willst du mich hasen? Ich seh kein Ziel Nee Der macht das Geschütz Ah Nee Oh, ich dachte, der macht das Geschütz Hab ich auch gedacht, Scheiße Auf Container schießen, auf Container schießen Auf Container schießen? Ja, steht da Scheiße Warte Ich mach's Alles klar Nein Scheiße, 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 Scheiße Ich hab dich Er ist weg Jetzt muss ein Freund gern glauben Der ist da Ich hab markiert Das ist meine Falle Und da ist auch noch einer Oh Mann Scheiße Wir sind übrigens auf Ziel Bist du tot? Ich glaub schon Ihr Partner ist tot Mission fehlgeschlagen Danke Nein, das kann doch nicht angehen Nein, ich lag da schon die ganze Zeit Das war vielleicht das Ding Nein, das kann doch nicht angehen Wir müssen jetzt einfach das ganze nochmal machen Scheiße Ich will dich nochmal so ein Massaker haben Ganz ehrlich Das war doch krank Also Jo Fassen wir zusammen Ne Um das ganze Wir haben sie Weißt du, das war jetzt nur um mal zu gucken wie das so aussieht Und äh Natürlich Und bevor wir uns dann Das machen sie denn Bevor wir das dann jetzt richtig machen Machen wir einen kurzen Cut Alles klar Leute, dann Jetzt gleich was steht Was steht Oh Toll Verste Was steht Was steht